Herr Brändle, Meierburger hat im Jahr 2016 den Turnaround geschafft mit einem positiven Ergebnis auf Stufe EBITDA. Wann nun erfolgt die Rückkehr zur Profitabilität aus Ihrer Sicht? Wie ich jetzt schon mehrfach betont habe, ist, dass wir intensiv an dieser Rückkehr in die Profitabilitätszone auf Stufe reingewöhnen, schaffen. Wir verspüren ein positives Marktmoment und das hilft uns entsprechend in unserem Vorhaben, so schnell wie möglich in die Profitabilitätszone zurückzukehren. Wie hoch schätzen Sie die Kosten für das laufende Strukturprogramm in 2017 ein? Die Zahl haben wir bisher nicht kommuniziert, aber gehen Sie davon aus, dass das nicht ein substanzieller Betrag wird sein. Sind über die im Dezember publizierten Massnahmen ein weiterer Stellenabbau geplant? Es hat Abbau-Massnahmen jetzt gegeben mit der Standortschliessung in den USA. Das war in diesem Ausmaß nicht geplant, aber weitere Entlassungsfälle sind nicht geplant. Die Zahl der installierten Module steigt, die Preise für Module sinken. Wie kann Meierburger als Zulieferer davon profitieren? Wir profitieren auf der Anlagenseite und weil die Hersteller, unsere Kunden, dermassen stark unter Kostendruck sind, müssen sie in modernste Technologien investieren. Einerseits in produktivere Technologien, andererseits in Technologien, die eine Leistung pro Modul gibt. Da sind wir hervorragend als Meierburger aufgestellt und können entsprechend sehr, sehr gut profitieren. Das ist einer der Gründe, wieso man im Moment so einen positiven Marktmoment verspürt. Können Sie noch ganz kurz erklären, wohin die Technologie bei den Solarzellen und bei den Modulen hingeht? Man sieht im Moment einen ganz starken Wechsel von Standardtechnologie, sogenannte Aluminium-BSF-Technologie, hin zu PERC, was in allen Munden ist. Da verspüren wir ein ganz starkes Momentum. Wenn wir jetzt weiter nach vorne schauen, dann wird die Hetero-Junction ein Thema sein, das den Markt heute schon sehr stark bewegt. Und da ist Meierburger hervorragend aufgestellt, gerade in dem Bereich Hetero-Junction. Und entsprechende Verbindungstechnologie haben wir eine hervorragende Position. Wir sind der einzige Anbieter von kompletten Lösungen im Bereich Hetero-Junction. Und die Reise wird in die Richtung gehen. Die einzige Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wenn wird der Markt wirklich entsprechend abheben mit Hetero-Junction.